Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Runde Bad Boss mit meiner neuen Qualitätsoffensive 2015 Pete Smeet Style, immer geil. Und ich bin auf der neuen Map Factory, ist eine 8x2er, Mitte, okay dann, ich bin auf dem Weg, lieber Kollege. Ich bin mit dem Randy Kollegen zusammen, by the way, übrigens. Hoffe ich für das einigermaßen cool, ich hoffe mal, das werden wir irgendwie schaukeln. Äh, wenn du hackst, reporte ich dich, ocke, weil ich aufnehme. Okay, dann lieber mal Hacks ausmachen oder so, ne? Okay, Leute, wir müssen die Hacks ausmachen, sorry dafür, aber ich muss jetzt leider real spielen, weil der Typ nimmt auf, deswegen kann ich leider nicht. Warte, mach gleich Zeit, das ist mal ganz okay. Dann, dann, oh, dann mache ich Hacks, oh, Alter, mache ich Hacks aus, gut. Weil dann müssen wir jetzt leider real spielen, das heißt, die Folge wahrscheinlich ein bisschen scheiße werden, weil ohne Hacks kann ich halt leider nix, leider dumm. Äh, wir bauen uns in die Mitte, ich finde die Mitte ist so ein bisschen, äh, ein bisschen komisch irgendwie, also, ähm, da kommt man irgendwie schlecht hin, aber ich baue mich auch, glaube ich, falsch. Ich müsste mich hier versuchen, irgendwie straight zu bauen, aber beim nächsten Mal baue ich mich mal straight nach vorne, um so mitzugucken, ob ich da irgendwas reißen kann. Oh, da ist schon mal ein bisschen in der Mitte, aber die sollten erstmal kein Problem werden, ne? Mit da haben wir für uns erstmal, scheiße, okay, wir haben nur noch, wir haben nur noch einen Block im Inventar, das ist vielleicht ein bisschen scheiße, vielleicht holt der Typ gleich in der Mitte und holt mir irgendwie mal ein paar Blöcke. Ihr könnt schon versuchen, den Block hier so ein bisschen anzubauen, aber hilft uns nicht allzu weiter, wir kommen da nicht zurück, leider, scheiße. Okay, da kommt, äh, wie ich, wie ich wurde zurückgepackt, okay. Okay, ja, oh, da hinten ist einer untergefallen, ja, den bekommen wir auch noch relativ leicht, ja, es wird, glaube ich, schon schwerer hier. Wir haben quasi schon einen Bogen jetzt gerade, wir müssen nur irgendwie gucken, dass der Typ uns irgendwie Blöcke besorgt. Killauray, ja klar, natürlich, was ist denn mit dem los mit deinem Kollegen? Jetzt ist mir ernsthaft, scheiße, wir haben jetzt, man, wir brauchen Blöcke ganz dringend, kommt der jetzt, was ist mit meinem Typen, kommt der jetzt, ne, und kommt der da vorne auch? Keine Ahnung, ähm, scheiße, dass ich Blöcke brauche, damit er mir welche bringen kann, wäre richtig, richtig geil. Oh man, dass ich daran nicht gedacht habe, irgendwie, dass ich zu wenig Blöcke dabei hatte, mega, mega scheiße. Okay, da kommen die beiden jetzt, aber, lol, okay, mich den nicht treffen kann, mich den nicht treffen kann, okay, er ist tot. Das ist der nächste, ja, den bekommen wir aber auch nicht so richtig. Alles klar, warten wir noch ein bisschen ab, wir haben acht Golds. Oh, lol, da kommt der Full Equip an, ja, natürlich, GG, ich gehe mal kurz nach hinten, verstecke mich ein bisschen. Alter, äh, das wird aber knapp, ah, noch mal bekommen, ja, den sowieso, zweieinhalb Herzen, Junge, kommst du mal so langsam, vielleicht, es wäre richtig cool, langsam mal Hilfe zu bekommen von dir. Oh, oh, der braucht nicht rüber zu uns, oh, scheiße. Oh, please, bemerk das. Okay, der ist da hinten irgendwo. Oh man, ey, oh man, ich hoffe, das wird irgendwie gut gehen. Oh, Spitzhack, das werden wir wahrscheinlich gleich sterben. Wir leben hier immer noch, scheiße, ich will mal sterben hier, wir haben elf Gold. Mann, nein, komm, mach das jetzt mal hier, Typ. Hilf mir doch mal, tu doch was, oh nee. Oh man, ey, wieso hilft der mir denn nicht, oh, ich will doch nur Blöcke haben, ach, scheiße, ey. Okay, egal, nehmen wir mal ein bisschen mehr Blöcke mit, wir müssen mal eine Spitzhacklösung ein bisschen verteidigen können und gehen mal instant wieder zurück in die Mitte und wir haben mal kurz vor der jetzt irgendwas reißen können. Ja, also der Weg, ähm, durch dieses Eisen zu nehmen war nicht ganz so geil, weil wenn man merkt, ähm, nehmen wir das Eisen ist mittlerweile, wow, what the fuck, nehmen wir das Eisen momentan immer wieder mit auf, das ist halt ziemlich scheiße, gerade beim Rushen, ähm, also wir müssten uns lieber straight bauen, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, uns straight zu bauen und nicht zum Eisen, weil jetzt nimmt das Eisen immer wieder mit, das ist ein bisschen scheiße. Okay, da wollte ich nach oben, nach oben zu uns, okay, ich war beim Bett, ja, cool. Gut, wir müssen das Bett mal auch erstmal vor allem erstmal ein bisschen schützen, gleich, ähm, oh, kann ich mal irgendwie was machen hier, dankeschön. Und Blöcke, gut, kommt der Typ denn jetzt, wo ist denn der jetzt ganz genau? Ist der, ah, der kommt, der setzt da oben irgendwie an, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie, den, ja, guck mal, da oben ist er auch schon, sollen wir den irgendwie gleich bekommen, denn, ähm, kann ja von oben jetzt irgendwie da rankommen, holen wir uns ein paar Blöcke und machen, eh, hier oben kann man nicht rein, ne, ne, komm doch. Okay, was denn? Was ist los? Kommt doch, what the fuck? Hä? Was willst du von mir? Okay, keine Ahnung, ist mein Plan. Was ist dein Plan? Lieber Kollege, was ist denn dein Plan? Was habe ich denn für einen Typen hier? Das ist mal ernsthaft. Ich will nochmal ganz so nachdenken, kann man da oben wirklich nicht rein? Ne, ist alles zu, okay, also hier oben kann man nicht rein, das heißt, wir können hier verteidigen so ein bisschen, ja, müsste er mehr oder weniger verteidigen irgendwie, aber das andere bringt es ja jetzt gerade nicht. Dann warten wir jetzt mal zu zweit am besten hier und gucken, bis der Typ von unten da ankommt, damit wir ihn töten können. Anders geht es ja gerade nicht. Gut. Ja, lieber Kollege. Äh, ja gut. Kommst du? Okay, er kommt da, er geht da hin. Ja, was willst du, was willst du denn jetzt machen? Ach, Junge. Hallo? Hallo? Partner? Hallo, da ist, hallo? Okay, ich glaube, er hat ihn nicht gesehen. Aber gut, lassen wir ihn mal machen, unseren Kollegen. Er ist ein bisschen randy. So leicht, leicht randy ist unser Gegner, unser Team-Mate. Ah, lieber, lieber so, wenn man so Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Okay, dann wollen wir uns mal nach oben. Er wird ja auch nach oben hier. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ja, was soll ich jetzt machen? Der Typ ist in der Mitte, unser Team-Mate. Und ich muss natürlich hier verteidigen, wenn ich jetzt hier, okay, er ist tot. Wenn ich hier nämlich jetzt gerade irgendwie, ähm, oder kommen Pfeile an? Wenn ich jetzt hier irgendwie was anderes machen würde, wenn ich in die Mitte gehen würde, dann wäre das Bett weg. Deswegen muss ich hier stehen bleiben jetzt. Aber ich kann halt nicht viel machen, weil sobald ich nach oben gehe, würde ich wieder nach oben stecken. Das ist so, guck mal, habe ich mir das Problem. Das soll ich, naja, das würde ich eigentlich machen gerade. Okay, gut. Braucht ich jetzt mal was zu essen, so ein bisschen. So ein bisschen was zu essen holen. Und, oh, da kommt er an. Oh, scheiße. Oh, oh, okay, gut, der war fast down. Okay, GG. Dann können wir da endlich mal ab in die Mitte gehen. Ja, da hat er nicht allzu scheiße gemacht, der Typ von da oben anzukommen. Oh, da hat er einen Bogen, irgendwo habe ich den Bogen gerade einschlagen hören. Ich weiß nicht genau, von wo es jetzt gerade war. Aber wir gehen einfach mal straight zu den Grünen und sagen den Grünen mal Hallo. Ja, da ist gerade keiner in der Base. In der Mitte sind, glaube ich, irgendwie alle. Aber die haben aber schon Kisten davor gesetzt. Ist nicht allzu scheiße gewesen. Hätten wir vielleicht auch mal machen sollen. So, beide Kisten sind gleich weg. Keiner sieht uns. Das Bett müsste also unser sein. Relativ ease. Und Bett ist weg. Gut, gut, gut. Wir nehmen mal aus der Kiste mal kurz den ganzen Stuff raus. Wir haben ein bisschen was auf jeden Fall. Wir haben am besten alles mit. Damit die halt, je mehr wir haben, desto weniger haben die anderen. Das ist natürlich eine Sache, die ist ziemlich, ziemlich sicher. So, dann gehen wir mal in die Mitte wieder. Da sind die beiden grünen. Die können wir beide vielleicht mal ausschalten jetzt sogar. Schaffen wir das? Die sind beide nicht kürzelt für uns. Die haben beide auch Bögen. Okay, der erste ist down. Und der zweite auch. Hammer nice. Gut, dann haben wir ein bisschen Gold jetzt. Wir haben viel Gold. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück. Damit wir uns einen Bogen machen können. Okay. Ja, Junge, ich bin das nur. Keine Sorge. Das war nur ich. Gut. Ja, ich hoffe, das werde ich hinbekommen mit meiner neuen Qualität. Irgendwie versuchen, die Videos so ein bisschen auch mit Live-Kommentary irgendwie versuchen, gut zu bearbeiten. Lasst ja gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das so gefällt. Denn ich brauche momentan wirklich die Aufmerksamkeit, die E-Mail gibt, damit ich weiß, ich kann so weitermachen. Weil es ein Ultraaufwand ist. Die Folge-Gommentary, die gestern rauskam, die hat insgesamt drei Stunden gebraucht. Drei Stunden für sieben Minuten. Ja? Und ich werde hier jetzt nicht weniger Zeit verbrauchen. Vielleicht ein bisschen weniger Zeit. Aber auch so zwei, drei Stunden für, keine Ahnung, wie lange das Video geht. Wahrscheinlich 15 Minuten oder so. Ist einfach super viel Aufwand. Deswegen sehr gerne mir auch die Bestätigung geben für dieses Format. Für diese neue Qualität, die ich an den Tag legen möchte. Ich werde aber mal gucken, wie es so ankommt bei euch. Okay. Ihr meint in der letzten Folge auf Modern, meintet ihr zu mir, ich soll auf jeden Fall nicht die Folgen zusammenschneiden. Also keine Cuts setzen. Werde ich nicht machen, aber halt versuchen trotzdem ein bisschen zu bearbeiten. Das darf ich ja trotzdem wahrscheinlich dann machen. So wie gerade halt eben. Okay. So, jetzt können wir uns nochmal kurz zurückgehen. Und auf jeden Fall ein bisschen Sachen saven. Vielleicht ein Bogen für den Kollegen irgendwie. Aber gut. Keine Ahnung. Hä? Lol. Hä? Ich wollte die Rüstung hier holen. Hallo? Komm. Wunderbar. Gut. Dann lädt es noch Blau und Gelb leben jetzt noch. Genau. Dann, äh, mein Typ ist da irgendwie AFK. Alles klar. Da kommt der Grüne gerade an. Aber den sollten wir eigentlich ein bisschen Bow spammen können. Auch wenn wir den Bogen nicht aufladen. Okay. Da kommt er an. Okay. Alles klar. Ja. Stopp halt ab. Meine Güte. Warum nicht? Gut. Wir sind gleich wieder in der... Oh. Ich komme mit beiden Beinen runtergefallen gerade. Ich würde sagen, ich kann mal versuchen, in Richtung Grün zu rushen. Und mach das auch mal eben. So hier rüber. Und dann... Lol. Die haben ja voll den Weg hier irgendwie gebaut. Ne? Ja. Geile Scheiße. Voll den Safe-Wick haben die gebaut. Okay. Dann will ich mal gucken, ob ich hier irgendwie die Grün bekommen kann. Ja. Der ist, glaube ich... Oh. Hier ist mal irgendwie hochkommen. Oh, lol. Die Schafe. Ja. GG. Der erste ist unten. Der ist down. Gut. 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 Oh. 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 Ich glaube, wir haben ein Problem. Die Schafe kommen nämlich alle gerade. Scheiße. Okay. Ich muss mal kurz weg hier. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich gehe mal nach oben hier. Dann müssten die Schafe hier nach unten kommen. Oh, ja. Schafe, kommt. Kommt, Schafe. Ja. Geil. Die hat alles kaputt gemacht. Haben wir nice. Oh, fuck. Ich bin fast tot. Scheiße. Komm. Komm schon. Ja, das ist hoffentlich. Wird das was. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Scheiße, komm. Ich kann nicht irgendwie durchkommen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Alter. Ja, die beiden mit den Steve-Skins. Müssen wir mal ein bisschen zubauen gerade hier. Alter. Nee, komm. Scheiße. Lass es mal kurz zubauen. Wird wir irgendwie klarkommen. Dann ein bisschen was abbauen. Ich hoffe, das ist gerade erreicht. Wir haben zwei Herzen. Wir müssen noch was essen. Oh, fuck. Er beutet ja gut ab. Okay. Nochmal eben zu machen hier. Kurz was essen. Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Okay. Hätte man vielleicht anders machen können. Ein bisschen besser was machen können. Wir holen uns mal wieder. Einfach mal ein Schwert. Und gehen wir wieder in Richtung Grün. Mal die Grünen ein bisschen rushen jetzt gerade. Damit wir dort einfach das Bett mal gleich bekommen können. Was ist denn in der Mitte? Das ist unser Rothandel. Oh, da ist... Oh, da oben ist einer gewesen. Alles klar. Müssen wir gar nicht besiegen. Ist mir jetzt vollkommen egal. Und gehen jetzt wieder mal zu den Grünen und besorgen es denen mal richtig, richtig hart. So, Hallöchen. Ihr zwei. Wir haben aber keine Spitzhacke dabei. Fällt mir gar zu ein. Ja, okay. Wir machen es aber. Wir holen uns gleich mal ein bisschen... Ah, wir haben ein Ding jetzt dabei. Stimmt, stimmt, stimmt. Komm, kann ich... Lol. Lol. Alter. Nein. Manu. Ich schaffe das gerade nicht. Mit meiner neuen Maus immer noch. So mit dem Hotkey ist immer so ein Problem. So, ich renne trotzdem erstmal wieder ohne Schwert. Äh, ohne, ohne, ähm... Ohne Dings. Wir bekommen jetzt hier wieder Eisen. Oh, oh. Fuck, 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 fuck. Nein. Ohne. Aber der Rote macht das gerade. Guck mal, der Rote hat die Blauen gerade im Griff auf jeden Fall. Ich glaube, der macht das schon. Komm, Fire Dragon HD. The Fire Dragon. Der Feuerdrachen HD. Natürlich HD. Weil es gibt ja natürlich Drachen in SD. Sieht ja scheiße aus, wie alle wissen, ne? Drachen müssen in HD sein. Ansonsten sind es keine richtigen Real Drachen. Ah, okay, der Spam ist hier weg. Alles klar? Ja, da müssen wir noch ein bisschen rushen mit dem Schwert halt eben nur. What the fuck? Wieso? Blau? Warum? Habt ihr geteamt gerade? Blau und Gelb? Was ist das denn für eine Scheiße gerade? Ja, bekomme ich den Down? Ich hoffe, ich habe den Down bekommen. Habe ich den Down bekommen? Ja, wunderbar. Perfekt. Alles klar. Gut. Dann können wir, ähm, mal mit dem Schwert wieder Richtung Mitte gehen. Ah, scheiße. Wir haben keine Böcke dabei, ne? Das ist ein bisschen doof. Kommen wir zu Gelb dann irgendwie? Wenn wir jetzt zu Gelb rushen würden, würden wir das schaffen? Bestimmt, oder? Ja, nee, nicht ganz so wirklich. Kannst du... Oh, der Bob mir einen Weg da oben hin. Haben wir geil. Dankeschön. Für den, dann hauen wir erstmal runter hier. Perfekt. Und jetzt noch ab zu Gelb. Oh, der hat ein Eisenschwert. Oh, oh. Ja, das wird schon ein bisschen schwieriger. Oh, guck mal, die fangen mit Slav rum. Komm schon, den werden wir irgendwie... Oh, Alter, Alter, Vater. Eiswirt haut schon ordentlich rein, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, rushen wir mal ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, der Kollege wird sich so ein bisschen equippen, damit ich rushen kann. Der Typ kann sich halt equippen. Denn ich komme auch, glaube ich, ohne Equip relativ gut klar gegen die Leute, die mal so ein bisschen von der Mitte fernhalten. Dass der Kollege eben dann die Mitte für sich irgendwie holen kann und ausrüsten kann. Vielleicht noch mit einem Eisenschwert irgendwann oder so. Deswegen werde ich jetzt einfach immer drauf anstürmen. Auf die beiden. So, den wollte ich ein bisschen... Ja, der ist down, wunderbar. Wir aber auch. Ja, ob das die geilste Methode ist, gerade einfach zu rushen, weiß ich nicht. Aber ich mach's einfach mal. So, Schwert und go. Und der Typ, der ist lange am Dingens, am Villager. Das heißt, der wird sich wahrscheinlich equippen. Finde ich gut. Boah, das ganze Eisen, ne? Dass ich hier mal mitnehme. Wir können es auch rausdroppen, aber damit auch nicht viel mehr. Weil wir es immer wieder mitnehmen werden. Weil wir ja nicht zurücklaufen werden. Das Gold nehmen wir mal bewusst mit, damit wir... Oh, wir kommen nicht mehr zurück. Scheiße, stimmt. Wir haben ja keine Blöcke dabei. Ich wollte gerade mal irgendwie bewusst das Gold mitnehmen, damit wir uns irgendwie saven können und das mal im Bogen machen können. Aber okay. So, wieder rushen zu denen. Ja, das wird jetzt, glaube ich. Das wird jetzt was. Das schaffen wir jetzt. Nein. Oh. Nein. Was mach ich denn für eine Scheiße? Da wollte ich gegen den Knockback ankämpfen, aber dann habe ich kein Knockback bekommen und bin so... Oh, nö. Oh, nö. Okay. Einfach dasselbe. Immer wieder von vorne. Kommst du jetzt nach vorne? Was hast du das für ein Equip? Wo ist der Typ? Lol, wo ist denn der? Ach, der ist da vorne. Okay. Ja, mach das. Go, go, go. Mit deinem... Ja, er hat den gelben Daumen, glaube ich, ne? Nein, er ist gestorben. Okay, lol. Scheiße. Okay. So, gut. Dann, äh... Ah, die haben einen Bogen. Wo habt ihr den einen Bogen denn jetzt? Ja. Schaffen wir das irgendwie? Ne, ne? Scheiße. Aber nochmal dasselbe. Ich fühle dich wieder gut, lieber Kollege. Ich muss erstmal jetzt rushen, damit wir den Bogen-Typ noch irgendwie down bekommen. Ja, ist vielleicht nicht die geilste. Wir hätten... Vielleicht sollten wir lieber uns Equip machen, aber ich habe da echt keinen Bock drauf, gerade, dass wir Equip machen. Deswegen will ich da so ein bisschen gegen anlaufen. Gegen die. Oder immer das glaube ich, wenn wir dieses halt nicht bekommen, auf jeden Fall. Okay. 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 really? Really? Komm schon. Ach, nö! Da geht ja echt AFK jetzt? Ja, klar. Okay. Gut, Kollege. Alles klar. Du gehst AFK. Ich mache eben alles alleine hier. So, mein Main ist... Oh. AFK gegangen. GG, auf jeden Fall. Und dann kommen die beiden jetzt an Okay, gut, das wird jetzt einen ein Schöner Tod werden für uns Ja, Kollege, ganz ernsthaft jetzt, jetzt gehst du auf K, oder wie? Oh, ernst Lol Wir haben den, wir haben einen bekommen Wir haben einen bekommen Ah, wir sind gestorben, aber einen haben wir bekommen Oh, Mann, Kollege, kommst du bitte wieder Ah, nein, wir sind tot Oh, 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 wir müssen jetzt irgendwie fisten Fisten, 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 fisten Nein, nein, die sterben Aber, oh, nee Oh, Mann, ey Okay, der ist da drin, alles klar, Bett ist weg von uns Alles klärchen Und jetzt ist der Kollege wieder da, ne, genau, jetzt kommt er wieder, natürlich Oh, natürlich kommt er genau jetzt wieder, ey, meine Güte Okay, ja, das wird unser Einzelsein wahrscheinlich Der Bett ist weg Deren Bett noch nicht Aber okay Warum nicht? Oh, ich höre schon wieder irgendwo Ich höre schon wieder die Bogenschüsse Oh, nö, wir werden verfolgt Von hinten, alles klar Bett ist erstmal, also der Weg ist immer frei Hey, wir holen Ja, ich werde erstmal töten den Typen Okay Ah, nein, fuck Ja, er ist da Wunderbar, er fliegt irgendwann nach unten Schnell eine Spitzhacke machen Wunderbar Durch hier Durch hier Durch hier Durch hier Schnell, schnell, schnell Iiiiiiii Iiiiiiii Nein, 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 nein Nein, ja Bett ist weg von denen Alter, okay Einer ist down Okay One vs. One Alter, was für ein Herzschlag-Finale gerade One vs. One Oh, scheiße, wir haben drei Herzen Wir schaffen das nicht Wir schaffen das nicht Nein Oh Aber glaube ich Eine coole Wunder Warum musst du denn in AFK gehen Oh, nö Ja, du schreibst Nein, natürlich Nein, du bist AFK gegangen Du Pisser Oh, Mann Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Lasst einen Daumen nach oben Da, wenn euch die Folge gefallen hat Bei dem nächsten Mal sehen wir uns wieder Hauen Sie rein Machen Sie es gut Bis dann Tschüss Tschüss